Nassim? Genau. Das sieht ja so süß aus. HA? Ist nicht ein neues Gebiet rausgekommen? Ach, ich hab mir gefallen. Guck dir das doch mal an. Das war doch einmal durchreisen. Was? Was? Ach, scheiße. Was ist das? Verlassenes Land im Sand. Ja, F an dich. Oh, da ist auch mehr. So. Gehen wir da mal hin? Nee, nicht. Boah, die sagen nichts. Ich habe eine Trommel gefunden. Kannst ihr vielleicht einen guten Preis verkauft werden? Herr, Moment mal, an der Seite gibt es eine Notiz, weil ich jetzt einen Hinweis. Blatt mich. Oh, da ist er drin da. Darf ich mal stupeln? Nada Kundala. Nada Kundala. Cordula, grü- Stirb. ihr seht törichte wesen habt ihr nicht einmal von dem was ist das hier alle leute kann ich mit zur party ich weiß worum geht denn die monster haben einen riesigen riss gerissen ja krass ich habe geträumt das ist das lassen bleibt und so dass ein kommentar dabei schön mit kakao mit der ringe